Musik 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 Hallo Wollen wir stealthen? Ne Voll durch Machen wir immer wieder gerne Ne und ich hab's Geld Da langweilig Da langweilig Wir sind hier durch Nichts Hier ist eine Modbeweg Eine Mitte ist noch eine Mod Musik Für die guten Mopsen macht es irgendwie Ja irgendwie schon Ne Ich hab schon 5 Kills im Rutschen Die Mission ist fertig Ich wusste gar nicht was So einfach als Kills im Rutschen zu machen Oh wieder Mod Fussensklenzer Oh ja geil Bin ich vorbeigerutscht Finden hier echt geiles Zeug Zack Zack So den hier spammen wir mal zu Eis Opa Oh fahr Ich bin unten Ich bin Ich bin Ich bin Das kann man durchschnetzeln nennen was wir hier tun Ja Da kommt man nicht hoch Was ist das für ein Beschiss Zu viele komische Teile oder was Ich bekomme eine hochrennen Kann man auch hier nicht hochrennen Ne Kann man auch hier nicht hochrennen Ne Wandlauf geht nirgends da Man muss den Weg nehmen Wandlauf geht nicht Naja das geht nicht Ja man müsste eigentlich Ne Weil das zu viel Hinder sind Weil es keine gerade äh Fläche oder so Ja und ich kann auch Stein Wenn der entlangrennen Die im Zickzack durch die Gegend gehen Und welche wohl auch so eine Hand hochrennen können Mann Hier kann ja auch sowas hier kann ich ja auch entlang laufen Ist genauso unlogisch So als bin ich oben mit dem Baum drinnen Vielleicht kann man das auch nicht entlangrennen Weil jetzt häng ich fest Geil Ich steck hier in so einem Loch im Baum drinnen Ah jetzt bin ich wieder raus Ich lass mal den Coopero Bau lieber stehen Nicht dass wir den noch brauchen Ja wir müssen sie zerstören Ich weiß es nicht Ich töte erstmal die Gegner noch Wir haben irgendwo hinter uns nämlich noch Gegner Ist ja vielleicht geschickt dann ja erst die töten und dann auf Befehle warten oder Ja Oh zwei Mods Ist ja schon wieder eine gute Mod Ja ja Bruder in Fürhauf Da wir welche überpasst vom Affen müssen Da Down 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 kann ich one-clippen, ey, wie okay ist das? 4 down und jetzt auch die hundis immer eins immer zwei in mir waren die auch mal schwieriger naja waren nervig ja wir haben ganz viele Silbermots Flammenlaufen, Begabung, Fusionstern Loyaler Fährte ist gut und Rudelanführer ist auch gut was hier los? also auf der Erde, wenn man gute Mots will ne, wahrscheinlich liegt an der Mission ja, glaube ich, eine Quest und so ah, wir müssen jetzt immer das Spielen, bis wir Eier haben wir dürfen dann einen Eier in den Bauten wilder Kupos also wir müssen diese Dinger zu stürmen bis wir dann ziehen die Mission jetzt nicht lange zu sagen, wir hängen einfach nur eine dran und wenn wir jetzt keins finden, dann spielen wir die Mission halt mal außerhalb der Aufnahme weiter aber vielleicht haben wir ja Glück und finden jetzt eins in den Bauten wilder Kupos ok, wir müssen die Bauten zerstören ja so, dann auf ein neues mhm let's a go hörte einmal deine Waffe-Fähigkeit am Ende oh, ich muss 10 Staff-Skills machen das wäre mal eine schöne Extra-Motion das schaffen wir eins ja, der hat sich umgedreht sein Idiotter naja, netzeln wir uns durch nein, geschlau nein, geschlau oh, wieder ein guter Mod, ey mhm, markier bitte irgendwo irgendwo jo, kannst du weg machen wir finden auch ganz viel Affinität, das ist auch geil jo boah, dann komm ich vielleicht auch irgendwann mal endlich Level ab alter, was hier los? Massenversammlung oder was? hä? ich hab' gesagt, was hier los? Massenversammlung so, alter bisschen neuer so, da unten sind zwei Kubaro-Bauten also, ich kann die Kubaro-Bauten also, ich kann die Kubaro-Bauten einfach mit einem Schwert-Bauten hitten wenn ich einen Rutsch-Angriff mach so, Kubaro-Baut 1 down Kubaro-Baut 2 down nix oh, Beto kriegt man auch schön so, hier ist wieder ein Bau, zwei Bau oh, viele viele von den vier Herren alt alter wie geht ja Rudel, ey Rudelarmee Rudelarmee ich hab Rudelnürer bekommen womatt ich auch aber wieder kein Kubaro, ey wir ihnen nicht Wir müssen immer schauen, wo die Viecher herkommen. Oh, das war ein Double-Kill, aber kein Stealth-Kill, hä? Warum nicht? Keine Ahnung. Dann messen wir uns ja wieder durch. Ich kann mich hier rumhängen. Ohne Leiche. Da ist auch kein Soldaten los. Jetzt ist schon alle weg, oder? Ja, ja, gleich sind keine mehr da. Na ja, gut so. Das haben wir gegessen, Alter. Ich war ja hier noch nicht fertig. Da ist schon Damage gehabt, Alter. Ja, ich hab halt mal einen Blitzzeug gehauft. Vielleicht hat er den überwebt. Ja, da ist irgend so ein Strahl nach oben. So ein Backe. So ein Strahl nach oben? Na komm, wenn wir her. Ich bin auf dem Weg. Das ist Wasser. Volle Bullshit, ey. Okay. Da läuft Wasser aus dem Rodder oben. Oh. Hab ich nicht gesehen. Okay. Geil. Das haben wir entschüttelt. Geil was. Das Geheimnis wurde gelöst. Das Geheimnis, das Wasserstreu ist. Nach oben. Und nach unten. Nein, das Wasser ist nach oben. Das Wasser in dem Strahl fließt nach oben. Weil das Rohr pumpt den See leer. Haha, so. Hallo. Tschüss. Jo. Bau 1 down. Kubaros down. Bau 2 down. Nee, wieder nix. Kann man jetzt nicht sagen. Nee. Nee. Ja, das ist nur Glück. Das ist die ganze Zeit Spiele. Ja, Leute. Ich würde sagen, Markus und ich spielen jetzt mal diese Mission hier ist ein bisschen auf Dauerschleife. Und wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge Moreframe. Moreframe. Das sollen würde ich sagen. Servus und... Ciao. ...